Ich wünschte, wir müssten Ich wünschte, wir müssen Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war Na, sieh an, wer hier ist Hallo Sebastian Ah, mein neuer Schützling Ich höre, du benötigst dringend ein paar Dinge und ich soll dich deshalb nach Hogsmeade begleiten Ist das dein erster Besuch im Dorf? Ja, seitdem ich hier bin, habe ich Hogwarts nicht verlassen Nun, dann will ich mich bemühen, dich mit dem Ort bekannt zu machen Hogsmeade ist ein charmantes kleines Dorf, selbstversorgt Dort sollten wir alles finden, was du benötigst Wollen wir? Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat Ich auch, danke übrigens Natürlich, du bist der Einzige, der mich im Duell besiegt hat Melio Ich denke, ich sollte dich lieber im Auge behalten Apropos Weasley, sie scheint dich echt ins Herz geschlossen zu haben Wirklich? Das höre ich gerne Ich bin überrascht, dass Professor Weasley mir etwas anvertraut So oft, wie ich schon nachsitzen musste Du musst also ziemlich oft nachsitzen Nur so viel, wie nötig ist Apropos nachsitzen, der Ausflug nach Hogsmeade hat's mir vielleicht erspart Schön, dass ich helfen konnte Madame Scribner, die Bibliothekarin, war, wie so oft, hinter mir her Professor Weasley kam, um mich zu holen Und überzeugte die alte Scribner, ich hätte noch was zu tun Also, wie hast du es dir mit der Bibliothekarin verscherzt? Tja, das liegt wohl an unseren Meinungsverschiedenheiten Sie ist der Meinung, ich sollte die verbotene Abteilung nicht betreten Aber ich sehe das etwas anders Oh, einen Moment Hier kann man gut Florfliegen sammeln Sie sind hübsch Aber wenn man sie lange genug schmort, sind sie auch eine potente Zutat für Zaubertränke Friedelium 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 Bei Merlin Spark, da, aus dem Verbotenen Wald. Was ist denn? Schau selbst. Beeindruckend, oder? Das sieht man wirklich nicht jeden Tag. Reveilio. Meint ihr, Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Sicher Stolzschritt und Zuckerfuß. Links ist den Verbotenen Wald. Schüler haben dort keinen Zutritt. Daher der Name. Richtig. Sie halten ihn für zu gefährlich. Ich finde, sie sollten mehr Vertrauen in unsere defensiven Fertigkeiten haben. Ah, gleich hinter den Ruinen sieht man schon Hawksmeet. Reveilio. Hattest du schon Gelegenheit, das Schloss zu erkunden? Ein wenig. Es ist gewaltig. Das stimmt. Ich bin schon fünf Jahre hier und stehe immer noch am Anfang. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Aha. Irgendwas, was du mit uns teilen möchtest? Irgendwann vielleicht. Ich kann dir schlecht all meine Geheimnisse verraten. Hm? Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du so gut im Duellieren geworden bist. Ich fand Testrale, die Kutschen ziehen, immer etwas grausig. Aber ich nehme an, dass die meisten Menschen sie gar nicht sehen. Aber du kannst sie sehen. Leider. Aber du selbst hast auch schon einiges gesehen. Vor allem diesen Drachenangriff. Hoffentlich verläuft dein restliches Jahr ruhiger. Reveilio. Mr. Moon. Der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unsere Neuzugar schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Mr. Shaloh. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an. Mit Augen groß wie Untertassen. Was, Mr. Moon? Ein Demi. Oh, Geis. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Ein Demi-Geis? Ich weiß nicht, was der in seinen Kürbissaft kippt. Aber er hatte wohl zu viel davon. Ich habe Mr. Moon noch nie so erlebt. Mr. Moon ist recht eigen. Meine Schwester Anne mag ihn. Aber ich finde, er könnte sich als Hausmeister mehr Mühe geben. Oh, ist deine Schwester auch in Slytherin? Ja, besser gesagt, sie war es. Zurzeit ist sie krank. Aber sie wird schon bald nach Hogwarts zurückkehren. Ehrlich, wenn man die Magie dieses Ortes abfüllen könnte. Ich weiß nicht, ob es die Läden oder die Menschen sind, aber Hogsmeade hat etwas an sich. Es zieht uns hin wie die Motten zum Licht. Also, wie machen wir es? Weasley meinte, du hast eine Liste mit Dingen, die du brauchst. Einen Zauberstab zum Beispiel? Ja, Dipthamsam, Anweisungen und Zaubertrankrezepte. Perfekt. Bin gespannt auf deinen neuen Zauberstab. Und eine kurze Liste lässt dir genug Zeit, um den Ort zu erkunden. Ich muss kurz in einen Laden und was für meine Schwester holen. Komm zum runden Platz, wenn du fertig bist. Denk daran, hab Spaß. Es ist Hogsmeade. Rebellion. Ein neugieriger Geist. Verzeihung, Sir. Ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mit Tildas Schüler also, dachte ich mir, dass Sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas, aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Rheinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex. Aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran. Dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation, ja? Ich denke schon. Gut. Es gibt nichts Besseres, als seine Zutaten selbst anzubauen und zu brauen, was man will. Wann man will. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Reveilion. Reveilion. Geil. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Geil. Oh. Marge. Gevelio 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 ich bin gleich bei sie sind es ein moment bitte guten tag ich suche einen neuen zauberstab ja höchste zeit ja ich höchste zeit sie sind doch neu in unserer fünften klasse oder was rede ich natürlich sind sie gestatten gerbolt allivander aber sie haben sicher bereits von den olivander gehört den besten zauberstab machen der welt freut mich sie kennen zu lernen wirklich gut kommen sie finden wir den perfekten zauberstab für sie nein 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 du nicht ja ja mächtiger kern zehn und halb zoll könnte gehen hier probieren sie den na los schwenken sie seltsam noch mal na los schwenken sie richtig der passt ja gar nicht zu ihnen was wir finden schon etwas für sie nein du nicht vielleicht ja edelholz 13 viertel zoll drachenherzfaser probieren sie diesen aus für dich geht's wohl zurück ins regal das ist doch weitaus kniffliger als ich angenommen hatte sehr verblüffend wo bist du vielleicht du da bist du ja du könntest der richtige sein hier nehmen sie faszinierend wirklich interessant faszinierend wirklich interessant faszinierend faszinierend wirklich interessant faszinierend faszinierend krimine faszinierend mit einhornaer ist sehr zuverlässig und seinen besitzer treu was meinen sie außergewöhnlich und so beginnt eine weitere strahlende und magische zukunft na wie hat sich das angefühlt gut anders ich habe etwas wie ein auffallen gespürt ein perfektes paar ihre bindung scheint besonders mächtig der richtige zauberstab lernt von ihnen wie sie von ihm lernen ich möchte ihn ausprobieren sehr gern wenn sie ihn gut behandeln gibt es keinen verlässlicheren zauberstab als einen mit einhornhaar und die verbindung zu ihrem zauberstab sollte nur stärker werden erschrecken sie nicht über die fähigkeit ihres zauberstabs ihre absicht zu erahnen vor allem in momenten der not klingt wundervoll mr olivander ich werde sie nicht länger aufhalten kommen sie wieder zu mir wenn ich ihnen irgendwie helfen kann auf ich bin sie 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 Das war's für heute. oh oh flippende erscheint wie ein den krebel krebel krebelio krebel 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 ich komme was kr wer kommt sunt günston wer Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin zu ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich. Ich brauche ein paar Rezepte. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber Sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erst mal die Rezepte, ja? Wie kann ich heute behilflich sein? Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an, oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben? Rebellion! 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 Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als ein großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich hab den Wagen hier draußen, weil ich mich gern unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Gut, das ist alles. Ich sollte Sebastian suchen. 1. Gruppelius. 1. Gruppelius. 2. Gruppelius. 3. Gruppelius. 3. Gruppelius. Rebellion. 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 Ich habe alles, was ich brauche. Perfekt. Hast du alles für deine Schwester bekommen? Das habe ich. Dann steht uns die Welt jetzt offen. Mal sehen, was wir sonst noch anstellen können. Bambara! Lockt ihn von den Häusern weg! Raus aus den Dorn! Ja! 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 Ja ja! 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 Welchen Nerven haben Sie das Zeug zum Aurore, wenn Sie mich fragen? Wenn Sie unverletzt sind, könnten Sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen? Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Reparo. Oh, hallo. Haben Sie schon Zeit? Ich schau mal, was er bewegt. Zum Glück haben Sie nicht mehr zerstört. Reparo. Rebellion. Mr. Hill spricht in höchsten Tönen von dir. Rebellion. 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 Um. Reden. In der Verkunden. Scheine. Wegen. Hier ist ein Kurzform. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich will etwas viel Nützlicheres anbieten. Mir gehört Besenknechts Sonntagsstart. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettendenschutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Danke, Mr. Hill. Das ist sehr großzügig von Ihnen. Das ist doch das Mindeste. Probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Das ist sehr großzügig von Ihnen. ... Okay. Ich finde, wir haben uns ein Butterbier verdient. Meinst du nicht? Dann vergesse ich vielleicht, dass ich fast zu Trollfutter wurde. Da bin ich ganz deiner Meinung. Perfekt. Die drei Besen sind gleich hier lang. Ich verkaufe noch mehr kampftaugliche Gegenstände, wenn sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Reveilion. Reveilion. Schauen Sie sich. Das war's für heute. Das war's für heute. Wenn da drin nicht das totale Chaos herrscht, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Es ist gut, sie zu kennen. Du sagst, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Wurden wir entdeckt? Ich glaube nicht. Was hat der Kobold mit Victor Rookwood zu schaffen? Wren Rock arbeitet mit Rookwood? Der Kobold vom Tagespropheten? Ich wusste, dass ich ihn kenne. Schnell, los, gehen wir in die drei Besen rein. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ich bin das erste Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff. Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe. Hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Vielen Dank. Aber gern. Im Ernst. Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. War das Lord Gok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Victor. Wenn Sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an Ihrer Stelle lassen, Theopheles? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theopheles. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galleone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle, Renrock und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. In diesem Sinne, ich denke, wir sollten zum Schloss zurückkehren. Als Gesetzeshüter in einem kleinen Dorf wie Hogsmeade hat man nicht viel zu tun. Hätte ich daran früher mal gedacht. Reveilio! Ich bin froh, dass die Rona da war. Ich sagte doch, sie ist eine von den Guten. Ja, das sehe ich. Sie schienen gar nicht eingeschüchtert von Rookwood und Harlow. Du musst mir aber erklären, warum Victor Rookwood es auf dich abgesehen hat. Vielleicht später. Erstmal sollten wir zurück ins Schloss. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich riskiere lieber keine Strafarbeit, weil wir zu spät zurückkehren. Ich bin froh, dass die Rona da war. Ich bin froh, dass die Rona da war.